Drei Mythen über die Kryptowelt, die du jetzt bisher vielleicht sogar auch geglaubt hast. Erster Fakt. Kryptowährungen scheinen kompliziert. Ist es nicht mehr. Es gibt Plattformen und Apps, die das Ganze super easy und benutzerfreundlich machen. Auch für dich, wenn du noch keine Ahnung davon hast. Fakt 2. Du glaubst, Kryptowährungen sind Noterscheinungen? Liegst du falsch. Selbst Staaten und Unternehmen benutzen regelmäßig Kryptowährungen als Zahlungsmittel, weil es einfach viel günstiger ist. Und Fakt Nummer 3. Kryptowährungen sind nicht spekulativ, sondern können auch als langfristige Anlage genutzt werden, wenn man das richtige Know-how hat und den Partner an seiner Seite, der in die richtigen Coin-Tipps mitgibt. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig die Augen öffnen und die Mythen nehmen, dass du einen besseren Einblick in die Kryptowelt bekommst. Sei einfach offen, hol dir die Infos und sei einfach mutig, denn du wirst es nicht bereuen.